Ihr letzter Wille, finde deinen Vater und deinen Bruder. Warum hat sie sie nicht selbst gefunden, wenn das so dringend notwendig ist? Verfluchte Scheiße. Warum hat sie sich nicht ein bisschen um uns gekümmert? Kein Stein soll auf meinem Grab und mein Name nirgends stehen. Keine Inschrift für die, die ihr Wort brechen und ein Wort wurde gebraucht. Wenn die Umschläge ihren Empfänger erreicht haben werden, wird man euch einen Brief geben. Zwei Rumrennungsrein. Papa, Papa, wo bist du? Ich bin deine Tochter. Das ist kein mathematisches Problem, verdammt. Man muss am Anfang beginnen. Wann hat ihre Mutter aufgehört zu reden? Im Sommer 97. Im August, am 21. Am Tag nach unserem 17. Geburtstag von Simon und mir. Simon, hör zu. Sie war im Gefängnis. Sie wurde gefoltert. Sie wurde vergewaltigt. Verstehst du mich? Vergewaltigt. Verstehst du, was ich dir sage? Alles brannte ringsherum, Nawal. Alles versenkte. Bäche von Blut in den Gassen. Der Sohn, den sie vor mir bekam, hat mir gesagt, sie könnten mir helfen. Das kann ich nicht. Er hieß Nihata Manu. Wir sprachen ihren Namen nicht aus. Sie war die Frau, die singt. Die Nummer 72. Die den Chef der Milizen umgebracht hat. Das Land hat gezittert. In der Nacht, als sie gebar, war das ganze Gefängnis still. Sie bekam das Kind allein. Wir hörten sie schreien. Und ihre Schreie waren wie ein Fluch über uns allen.